Ein schönes Pferd. Komm her. Ich wünsche Ihnen eine schöne Sonne. Mach's gut. Wir machen die Landwirtschaft nur ohne Geld. Ich heiße Konrad Seilberg. Ich habe das große Glück, Winzer sein zu dürfen. Für mich ist der Beruf des Winzers ein Spielen mit der Natur, ein Spielen mit den Reben, die mir gegeben sind, mit den Weinbergen, ein Spielen mit den Jahrgängen und dann die Überlegung, was für einen Typ Wein möchte ich denn machen. Nie flurbereinigt und da drüben die Großterrassen, die mal geschoben worden sind. Was mich begeistert am Wein, sind, wenn ich Weine trinken kann, die mich nicht sättigen, sondern die mich immer frisch halten und ich versuche den Stil immer mehr in die Richtung anzupassen, dass meine Weine dem entsprechen. Klar ist, wenn man diesen Weg gehen will und am Kaiserstuhl ansässig ist, sagen wir mal die wärmste Gegend in Deutschland, ist das eine Herausforderung. Das ist der Kirchberg da drüben. Da sehen wir die Hütte, die Kleine. Da habe ich das Glück, dass mein Vater sich da wahnsinnig quergelegt hat und wirklich hoch verschuldet hat, dass wir sehr viel Kirchberg haben. Typisch deutsch ist, wir wollen so viel wie es geht. Für mich ist es beim Spätburgunder das viel Interessantere, die Aromen zu erwischen, die noch so ein bisschen bei der Himbeere oder Johannisbeere sind, der roten Johannisbeere. Wenn ich früher lesen kann, die Weine diesen frischen Gerbstoff behalten, langlebiger ist, als das Gerbstoffreichere auf dem späteren und die Gerbstoffe eben so ein bisschen in das Marmeladige übergehen. Natürlich das Spannendste des Jahres ist die Lese. Das ist klar. Das ganze Jahr baut sich auf, immer mehr auf die Lese. Dann kommt der Augenblick, wo man das Risiko reinholen kann. Aber wo die Spannung, die sich immer mehr auf dem Lesezeitpunkt aufgebaut hat, dann auf einmal loslässt. Das ist das Tollste. Die Lese.